Joho, ihr Nudeln, willkommen zurück zu einer weiteren Runde, ähm, Dimensional Jumper und so, ihr wisst, was läuft, mit dabei ist wie immer Pimmel und, äh, der Struppbruch war so schlecht, ähm, ich bin jetzt hier oben auch auf dieser, an dieser Wand, genau, und da muss ich jetzt, tp dich mal da, auf die Treppe springen oder was, ähm, ich weiß es nicht, da drüben ist halt, ähm, ja komm mal an die Hölle, Warte, wie, kann ich mich hier bei dem Schild teleportieren, komm ich dann dahin? Keine Ahnung. Ah, fuck. Nee, ich hab's auch grad so gemerkt, ich komm gleich, warte. Lief ja nicht so super, äh, so, clicky clicky da, ähm, so, du bist da drüben, dann, ähm, hä, wo bist du denn in der normalen, äh, da stehst du ungefähr, dann musst du, du musst, warte, ich guck mal von der Seite, Weil hier ist er auf der Treppe noch. Hm, ja. Ja, teleportier dich mal da, wo du bist. Nein, warte. Du fällst nicht runter, du siehst genau, wo ich hin muss. So, da, warte, ich stell mich jetzt genau dahin, wo der, wo du hinspringen musst, so. Genau, du, ich bin rechts von dir. Ach, nee. Stell dich an die Kante, teleportier dich und springst dabei, ein Block oder so, ein, zwei Blöcke. Ich, ich könnte es aber auch schaffen, auf die Treppe darüber, jetzt von hier zu springen. Hier und jetzt einfach, nach gerade so, nach vorne. Huah! Ah, das war ganz knapp. Aber was geht jetzt, das richtig, ja? Einfach wieder dann die Kante stellen und teleportieren. Ja, aber es ist richtig, okay. Mach es nochmal und ich guck wieder. Kannst, kannst du, ich kann es auch alleine, ich schaffe das nicht. Nee, ich will aber auch was machen. Ich guck dir zu und sag dir, wo du hin musst. Ja, du musst es aber auch noch schaffen, oder? Null, wieso? Reicht doch, wenn einer einen Schlüssel kriegt. Ich beobachte dich jetzt. So, ich komme in die Hölle, da bist du anscheinend. Nee, ich bin jetzt gerade in der normale Welt. So, jetzt komme ich wieder in der Hölle. Ah, nein. Dann komme ich auch wieder in die normale Welt, so. Ich will nicht wissen, wie der Server-Log nachher aussieht. Hm, ich werde es wissen müssen. Guck einfach im Chat, dann siehst du den Server-Log. Ja, das stimmt auch. So, bist du in die normale Welt, oder? Da hinten. Jo, ich lauf gerade. Wieder im Boden. Style, meine. Das hat's. Style! Komm, ich auch wieder in die Hölle. So, da bist du. Wie das geht, weißt du ja. Und dann stellst du dich wieder da oben an die Kante und springst. Alter, warum geht das denn jetzt nicht mehr? Komm, auch nochmal, ich teste das jetzt auch mal. Level für alle. So, jetzt sind wir im Meter, dann laufen wir nochmal da hoch. Oh, der Hölle ist ja gar kein Meter, obwohl der Meter ist Hölle. So, das haben wir auch geschafft. Dann sind wir jetzt hier. Na, fuck! Der ist knifflig, knifflig. Knifflig, knifflig. Boah, der ist ja so knapp. Nein, natürlich. Ich glaube, da ist ein böser Mann. Böser Mann! Schieß, drück ab! So, wer ist der böser Mann? Bin ich keiner, ich bin alleine. Ähm, so. Oh, du bist alleine, sag ich mal vorbeikommst. Ich bin nicht mehr, aber ich wohne in der Höschlach. Da, ich wohne in Hessen. In Kassel. Statt, steht das nicht auf Facebook? Na, da kann ich gucken. Da bin ich aber gerade nicht. So, dann sind wir jetzt hier und dann... Stimmt. Ah, ich hab's geschafft. So. Kack, ich bin einfach runtergefallen. Ja, ich hab's. Ich hab den Schlüssel. Bubili-Bubili-Bubili-Bubili-Buh. Warte, lass mich noch einmal versuchen, bitte. Und? Ich bin gerade, ich bin gerade auf dem Run. Komm. Guck mal, Kalli, guck mal gerade. Oh, jetzt ist er wieder weg. Hier unten ist nämlich der Ausgang. Da waren wir ja ganz am Anfang schon mit den Keksblöcken hier. Da hab ich, das hab ich nämlich herausgefunden. Genau. Aber ich, ganz schlau. Episch. Ich lass das jetzt so. So, dann komm mal. Was hast du denn gemacht? Felt angemacht. Komm. Und hab ich nix. Komm, du Penis. So, hier gehen wir jetzt rein, klapottieren und... Oh, mein Gott. Ich war auf dem Block. So, dann hab ich die Tür offen. Ernsthaft, wir brauchen noch einen Hebel. Kniffelig, kniffelig. Kniffelig, kniffelig. Was, er braucht noch einen Hebel? Ja, und wo ist denn noch einer? Das ist die Frage. Ich guck mal, ich versuch mal. Nee, tach. Kann ich jetzt den Hebel... Wo ist der Hebel? Ich glaub, der Hebel ist weg. Alter, fahr. Ich glaube, wir haben ein Problem, denn der Hebel ist weg. Hey, der cheatet hier halt einen Hebel. Gib mal Game Mode. Ja, gibts ja am besten gleich zwei. Ja, kann ich auch machen. Nein, gib mal Game Mode. Oder gib mir OP. Oh, die Texturen sind geil. Ach, die Wolken sind Spinnweben. Na, sagst du's doch gleich. Ähm, Alter, ich erkenne das gar nicht. Da ist Redstone. Eiver. So. Kannst mich auch wieder Endgame-Moden. Kannst mich auch im Game-Mode lassen. Wir müssen in Adventure-Mode, ne? Ähm. Achso, ja, egal. Port mich einfach mal. Staun mich wieder hier hin. So, dann packe ich hier den Hebel dran. Das war der Hebel. Den werfen wir einfach mal wieder weg. Der ist eh weg. Warum ist der weg? Noch zwei genommen. Ähm. Aber hier ist jetzt offen. Achso. Nein. Oh, ist das ein Garten hier? Aua. Hm, kann mich wieder nicht teleportieren. Wow. Leck. Das liegt nicht am Server. Nee, mein ich nicht. Ähm. So, guck, komm mal her, Kali. Komm mal her, komm mal her. Wir gehen jetzt mal gerade hier rein. Wir müssen uns hier teleportieren. Dann und hier nochmal. Komm mal in die Hülle. Bin unterwegs. Ah, genau. Und jetzt gehen wir hier hin und teleportieren uns nochmal. Junge. Hat nicht so geklappt. Jedenfalls sind wir dann hier. Den habe ich geöffnet und hier ist noch ein Hebel. Siehst du? Ich weiß nicht. Da könnte ich jetzt den dran machen. Allerdings habe ich den gecheatet. Warte, lass uns mal hier teleportieren, was passiert hat. Geil. Ach, mit einem geschickten Cut geht das. So, da haben wir wohl den Hebel gefunden. Dann gehen wir jetzt mal da durch. Ach. Oh. Schaffet. Ach, ich auch. Das war lustig. Oh, ganz zufällig haben wir dann noch den Hebel gefunden. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in Level 5. Ach, das ist auf der anderen Seite. Ich falle. Okay, danke. Hui. Ich auch. Ich backe. Ich teleporte hier. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Ich teleporte hier. Hallo. Hallo. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Gib uns beiden mal Game Mode. Wir müssen mal hochfliegen. Oder Survival. Damit wollen wir hier. Ach. Ja. Wachst du immer noch? Warte, ich mach den Block. Ich will den Block einfach unter dir wegmachen. Warte, ich gehe so jetzt. Ach, genau. Dankeschön. Was ist denn das hier? Ach, hier sind die Pearls noch drin. So, dann geht es wirklich weiter, würde ich mal fragen, Magen. Gucken wir mal hier. Wir gucken uns erstmal nach verdächtigen Sachen um. Haus. Der See hier. Haus. Ich bin vor die Haustür. Ich bin vor der Haustür. Blöd. Ich haustür. Ah, das sieht, das sieht stark. Guck mal hier. Ich hab dran aus, ja. Wir gehen mal vor die Haustür. Dann ist hier dieser Weg. Wo bist du denn? Oh, ich brauche mal was. Dieser Weg ist genauso... Sterbe ich da? Oh, scheiße. Ähm. Guck mal, wenn du dich hier... Dieser Weg ist auch im Meter. Ja, ich weiß, und da ist ein Jumpman. Guck mal. Drottel. Hier? In der Tat. Warte mal, guck mal. Wenn wir uns jetzt hier teleportieren... Kommen wir mit dem Wasser raus. Ja, und wenn man doch dann... Warte mal, das versuche ich jetzt mal. Das Haus gibt es ja einfach gar nicht. Ähm. Sauber. Wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist die Farge. Da oben ist aber auch, glaube ich, gar nichts, oder? Ich gucke mal von hier im Meter. Doch, wenn man die Wand schaffen, ist da wahrscheinlich ein Hebel. Oh, was ist das Hell mit Shader? Oh. Digga, tp mich nicht, Alter. Tuldedund. Tuldedund. Oh, da ist ja gar kein Haus. Stimmt ja. Wir müssen irgendwie auf das Haus kommen. Guck mal, dann muss ich hier tp'n. Ups. Da hab ich mit tp'd. Ralsche Richtung. Dann gehen wir hier zurück. Teleportieren uns so. Ich bin im Haus. Hab den Hebel. Hi, hi. Ich hab's auch geschafft übrigens. Hi. Nein. Und jetzt. Ja, wir müssen wissen, wo der Hebel hinkommt. Oh, Junge. Wahrscheinlich umhandschampan, oder? Ja, aber wie kommt man da hoch? Guck mal, da hinten der Baum. Blöder geht's auch nicht, ne? Hier hinten. Wir müssen uns einfach hier hoch springen. Junge. Ah, scheiße. Ich dachte, man muss uns Teleportieren. Das schafft man ja so. Ne, schaffst du gar nicht, oder? Doch, das schafft man. Ich hab's eben gerade geschafft. In der Tat. Ja, jetzt schau ich's aber nicht. Aber ich sehe die Kante gerade nicht, bei dem Texture Pack. So, ich hab's geschafft. Ich bin oben. Dp' ich mich mal. Dann müssen wir da wieder über die Mauer. Was, was, wenn ich auf der Zuckerstange stehe? Ach, nein. Ach, fuck. Ich war drin. Ey, was muss ich auf der Zuckerstange machen? Zuckerstange. Weiterspringen. Oh. Und jetzt? Weiterspringen. Du kannst bis auf das Gitter dingen. Und jetzt? Weiter. Und da musst du wieder über so ne, über so ne Mauer springen. Ups. Am Rand deportieren wir uns springen. Ja, so in der Art. Oh, nein. Ich bin einfach. Du bist doch. Ich weiß, wie's geht. Der auch. Lass den Kadi töten. Dann ist es bestimmt richtig. Ups. 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 Nivellik, nivellik. Ach, Alter. Ich schaff's nicht mehr. Du bist halt so schlach. Das wirklich nicht mehr. Alter, ich schaff das Level nehmen. Nein! Ich wurde rausgebuckt. Ich häng einfach in dem Blatt drin. Ah. So, dann hüpfen wir da hoch, Moch. Darf ich das nicht mehr? Alter, komm, das ist doch für den Arsch. Gib mir mal Erde. Gib mir mal Erde. Das ist okay. Was hast du zu tun? Ich muss einfach an der Kante irgendwie springen, hier so. Das ist voll easy peasy measy. Oh, das ist doch gay. Wir wollten das schon mal mehr. Echt so, ne? Junge, lauft doch nicht in mir. Ihr kennt ja die Vorgeschichte hinter der Web gar nicht. Ja. Ich schaff's nicht. Warte, ich deportiere dich. Ach, stopp. Oh, das tut mir aber leid. Nein. Was? Wo bin ich? Ach, hier. Ja, weg ist er. Oh, tschüssi. Weg dich. Tschüssi. Tschüssi. Nein. Oh, die Frenne. Tschüssi. Tschüssi. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er. Seh dich nicht, wo bist du? Oh, Biene. Ach, das ist doch kacke. Nächste, da waren wir 5 nach. Haben wir ganz zufällig noch den zweiten Hebel dann gefunden. Aha, ich bin oben. Ey, das ist doch scheiße. Komm, jetzt gib mir endlich Erde oder so. Was ist das? Ich will da Blöcke hinmachen, damit wir da leichter hochkommen. Komm, das ist doch kein Problem hier. Du schaffst es ja selber nicht. Ich schaff's von hier einfach nicht auf dieses Ding da, auf die Waffel. Das hat man doch eben schon geschafft, Junge. Ja, eben. Beim ersten Mal. Also, das Level ist neu für mich. Ich kann das noch nicht und ich werde das Jump'n'Run nicht schaffen. Oder wie Kali immer sagt, vor gutem Sprung muss man... Ah, fick dich. Nein. Man muss die jetzt jahrelang konzentrieren. Hör doch mal auf. Wir werden mal gegenseitig uns teleportieren. Ganz normal, lassen. Aber das hören wir auf damit, ja. Aha. Aha. Jump'n'Run Pro am Start. Du hast einfach nur meine Taktik genutzt. Scheiße. Okay, das war doch nicht meine Taktik. Meine Taktik ist viel cooler. Ach, fick dich, Trott. Nein. Ah, uh, ah, hoch. Ist bei dir falsch. Guck, jetzt ist es noch meine Aufnahme. Ah, das war ganz knapp. Nimm jetzt einmal mal hoch. Hab's geschafft. Und jetzt, das weiß ich nicht mehr weiter. Nein. Was? Hä, ich muss... Hä? Man muss doch da... Hä? Ach man, ich back mich immer aus der Wand raus. Halt die Schnauze jetzt, Alter. Ich hab's eben geschafft. Häng in der Wand. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann gar nichts mehr machen. Wo bist du denn? Oh. Im Nether. Im Nether der Wand, oder was? Ja. Da, wo man hoch muss. Ja, so dazwischen. So, jetzt geht's wieder. Ja, musst du denn... Einfach nur ne... Achso, hast du das Blatt weiter weggemacht? Was? Ja, immer. Hast du das Blatt... Was? Nein, ich hab mich geboten. Das ist voll live. Nein, ich hab mich geboten. Du musst einfach von der Kuh mit mehr Anlauf springen, dann kommt man da drauf. Du musst einfach von der zweiten Ebene rennen. Okay. Junge, das klappt so nicht. Ich soll euch was sagen. Ich hab wieder keinen Timer. Warte, ich guck mal mal, was für die... 16 Minuten. Was, schon wieder? Gott, ich schaff einfach gar nichts. Waren wir in der letzten Folge nicht auch schon mal der Wärmöcher? Glaube ich, ich weiß nicht. Ah, nee, in der letzten Folge war mal... Aha, tricky, tricky, mich. Ernsthaft, das war nur das, wo wir eh schon waren, Alter. Da von hier aus hätten wir in den Kasten reinspringen müssen, wo der Hebel drin ist. Wir müssen das Jump'n'Run gar nicht machen. Ja. Wo müssen wir dann? Ah, ich weiß es. Da ist der zweite Hebel. Warte mal, das ist an dem... An dem See da. Das mach ich jetzt noch. Ich will jetzt noch den Hebel kriegen. So, das ist hier an der Kante. Und dann... Zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben Blöcke. Wasser, 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 Wasser. So, hier ungefähr, dann tippe ich mich mal hier. So, ich hab den zweiten Hebel. Ich muss nur noch wissen, wo die Hebel hinkommen. Guck, hier war der Hebel. Okay, cool. Jetzt tippe ich wieder, wir können wieder zurück. So, dann weiter. Da in dem Haus bestimmt war. Wo die Hebel hinkommen, machen wir dann in der nächsten Folge. Oh, nee, da ist auch das... Da kommt Öko-Maloo. Nee. So, da kommen die nämlich hin. Dann beende ich den Blumenbild. Oh, wie süß. Warte, ich will noch einen Shader reinmachen für einen epischen Ausstieg. Oh, fuck. Ach, halt die Fresse. Unsinn. Unsinn. Unsinn pass ich ja. Nee, hier ist gut. Dann überdiesagonsieren wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.